SRV 2019-01 ist nun ein Domänen-Controller. Das System neu gestartet, wieder angemeldet und nun haben wir einen zusätzlichen Domänen-Controller, der uns zur Verfügung steht. Dieser Domänen-Controller, der SRV 2019-01, soll nun wieder die Hauptfunktionen übernehmen von unserer Domäne. Das heisst also, wir gehen zu unserer Checkliste, wir müssen die Betriebsmaster-Rollen wieder verschieben, wir müssen die NTP-Konfiguration anpassen, wir können dann, wenn wir den Server SRV 2012-R2 heruntergestuft haben, zu einem Mitglied der Domäne, dann in die Arbeitsgruppe verschoben haben, das System heruntergefahren haben, dann können wir den Domain- und Forest-Mode wiederum erhöhen. Aber Schritt für Schritt gehen wir eines nach dem anderen an. Zuerst einmal Verschieben der Betriebsmaster-Rollen. Ich bringe da SRV 2012-R2 ins Spiel. Hier haben wir die PowerShell ISE gestartet mit erhöhten Rechten. Wir kennen den Weg, wie wir die Betriebsmaster-Rollen mit den grafischen Werkzeugen verschieben können. Dieses Mal will ich Ihnen den Weg zeigen mit der PowerShell. Linie 1 und 2 haben nichts direkt mit der Aufgabe zu tun, sondern ganz einfach den blauen Bildschirm hier unten etwas aufzuräumen. Dann erstelle ich eine Variable. Und zwar mit den Informationen zum Domain-Controller SRV 2019-01. Get-AD-Domain-Controller-Identity und das Resultat speichern wir in der Variablen $Server. Der Cursor blinkt auf der Zeile 5, führe diese aus. Nun können wir den Inhalt der Variablen aufrufen, indem wir die Variable markieren und diese aufrufen. Nun erhalten wir die Informationen zu unserem Server. Wir sehen hier Computer-Object-DN, dann Default-Partition, die Domäne, Master.pri, Host-Name, etc. Also Details über den Server SRV 2019-01. Nun, das eigentliche Commandlet, um die Betriebsmaster-Rollen zu verschieben, heisst move ad-directory-server-operations-master-role. Was für ein Command-Lag. Dann die Identity und wir geben hier unsere Variable an $Server. Dann die Operations-Master-Roll, die Option geben wir mit. Dann, welche Betriebsmaster möchten wir verschieben? Schema-Master, Domain-Naming-Master, PDC-Emulator, RIT-Master und Infrastructure-Master. Ich setze den Cursor auf die Zeile 7, führe diese aus. Möchten Sie die Rolle Schema-Master zum Server 2019-01-Master.pri verschieben? Jawohl, das möchte ich. Dann die nächste Frage, Domain-Naming-Master, ja. Und jetzt werde ich ja alle beantworten, damit alle Betriebsmaster-Rollen direkt verschoben werden. Um zu sehen, das hat bereits funktioniert. Der Cursor ist zurück. Wir haben hier den Cursor. Die Betriebsmaster-Rollen wurden alle verschoben. Das können wir schnell prüfen, indem wir eine Eingabeaufforderung mit erhöhten Rechten aufrufen. Dann verwende ich hier NetTOM, bzw. zuerst navigiere ich da zum C-Laufwerk. Und jetzt verwende ich NetTOM, Abstand, Query, richtig schreiben, Query, Abstand, FSMO. Und nun sollte folgendes Resultat erscheinen, dass sämtliche Betriebsmaster-Rollen auf dem Server 2019-01 sind. Und Sie sehen das auch. Genau so, wie erwartet. Und Sie haben gesehen, der PowerShell-Weg ist da wirklich der schnellere Weg. Wir haben es mit den grafischen Werkzeugen umgesetzt. Wir mussten drei Konsolen starten. Hier, mit einem PowerShell-Commandlet, haben wir die Aufgabe erfolgreich erledigt. Nun geht es zurück zum Server 2019-01. Ich werde auf diesem Server nun die NTP-Konfiguration anpassen. Ich navigiere da in den Fullscreen-Modus, damit wir alles besser sehen können. Zuerst einmal können wir wieder mit dem Best-Practice-Analyzer arbeiten. Ich wähle hier BPA-Überprüfung starten. Vielleicht zeigt uns der BPA dieses Mal an, dass eben der P-DETS-Emulator eine gültige externe Zeitquelle benötigt. Ich hoffe, dass wir dieses Mal diesen Fehler, der wird hier beim BPA als Fehler angezeigt. Ich warte jetzt, bis diese Untersuchung abgeschlossen ist, damit wir gemeinsam das Resultat analysieren können. Die BPA-Überprüfung ist abgeschlossen. Es wird der Fehler nicht angezeigt, den ich erwartet habe. Kein Problem, wir werden die NTP-Konfiguration trotzdem auf jeden Fall anpassen. Also, zuerst einmal prüfen wir die Ist-Situation. Ich rufe da die Eingabeaufforderung auf mit erhöhten Rechten. W32-TM, dann Abstand Slash Query, Abstand Slash Status. SFL 2012 R2 wird hier als Quelle angegeben. Das werden wir ändern. Dazu wieder die Textdatei, die ich schon einmal vorbereitet habe. Wir können direkt diesen Befehl markieren und kopieren, minimieren, ebenfalls minimieren und hier einfügen. W32-TM Slash Config Manual Peerlist ist ch.pool.ntp.org Sync from Flag Manual Reliable Doppelpunkt Yes und Update. Drücke die Enter-Taste. Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt. Pfeiltaste nach oben. Wir prüfen das Ganze und jetzt haben wir hier die Quelle ch.pool.ntp.org. Unser Server, der Server 2019-01, bezieht nun seine Zeit von einer externen Quelle und nun kann er, weil er die Betriebsmaster-Rolle PDC-Emulator auf sich hat, nun die Zeit in die Domäne verteilen. Das ist wirklich sehr wichtig. Die Systeme in einer Domäne brauchen die Zeit vom Domänen-Controller. Das hat, wie bereits schon einmal erwähnt, ein Zusammenspiel mit Kerberos. Kerberos erlaubt nur ein Standard-Delta von 5 Minuten. Ist der Zeitunterschied grösser als 5 Minuten, können sich zum Beispiel Benutzer nicht mehr an der Domäne anmelden. Es erscheint dann eine Fehlermeldung, die in etwa so lautet, die Vertrauensstellung der Domäne konnte nicht verifiziert werden. Das ist eben ein wichtiger Grund, warum ich da so explizit Wert darauf lege, dass diese Zeitkonfiguration auch wirklich passend ist in der Domäne. So, ein weiterer Punkt abgeschlossen. Schauen wir uns einmal auf unserer Merkleiste oder auf unserer Migrationsplanung wieder um. FSMOs haben wir verschoben. 2019-01 ist neu das Servicesystem, welches alle Betriebsmaster-Rollen auf sich hat. NTP haben wir korrigiert. Das ist nun SRV 2019-01. Sehr gut. Gesamtstruktur-Funktionsebene und Domänen-Funktionsebene lassen wir noch, aber wir können jetzt in einem nächsten Schritt dann den Server 2012 R2 herunterstufen zum Mitglied der Domäne. Bevor ich das mache, eine letzte Überprüfung. Wir schauen uns kurz schnell um, ob die Replikation zwischen den jetzigen beiden Domänen-Controllern auch tatsächlich funktioniert. Das wird auch so sein, aber trotzdem, eine Kontrolle ist da immer angebracht. rep-admin und dann slash show REPL. Das sieht sehr gut aus. Wir haben hier den eingehenden Nachbar, das ist der Server 2012 R2. Und dann verwenden wir den nächsten Schalter, das ist REPL.Summary. Und auch das sieht sehr gut aus. Die fünf Verzeichnispartitionen, welche repliziert werden, das wird hier angezeigt. Und wir haben keine Fehler. Das ist wunderbar. Also, die beiden Domänen-Controller haben bis jetzt miteinander kommuniziert. Nun geht es darum, dass wir dieses System aus der Domäne entfernen. Aber zuerst müssen wir den Server herunterstufen. Und das werden wir gleich miteinander umsetzen.